Heinz kommt zu einer weiteren Folge vor uns, nach einer langen Pause mit Dennis und René. Hallo! Ich wollte schon Jeremy sagen. Oh, ich hab was zu essen. Ich komme zu Dennis, jetzt helfe ich mal ein bisschen. Soll ich mitkommen? Ja und bei Dennis gab es auch den Fiel, den Jerry und René schon mal hatte. Hört mich wieder Jerry nennen? Ja, natürlich wollte ich Jerry nennen. Ja, der Jerry. René ist jetzt Jerry, okay? Du bist der neue Jerry. Dann bin ich Jerry und wer ist denn Niklas? Niklas ist Dennis und Dennis ist René. Nee, Dominik. Ah, okay. Niklas, warte mal kurz. Ja. Nö. Ich möchte mich retten. Au, au. Komm, folg mir. Hm? Folg mir. Ja, mein Schnicker. Okay. Der Haas ist anscheinend gegen eine unsichtbare Wand gerannt gerade. Geil. Ich geh einmal ins Wasser und mir wird zu verkalt. Ist ja auch Nacht. Nee, das sollst du in die Hand nicht. In die Hand. Ich tue mal in der Zeit Blaubeeren sammeln. Eigentlich haben wir das vorher geplant schneller zu beenden, weil wir ein bisschen neulich gespielt haben. Da hab ich ein bisschen länger davon. Du musst ein bisschen mehr Zeit lassen, ne? Ja. Aber der Server läuft unten ewig, ne? Ja, das stimmt auch wieder. Ich will länger nicht einfach. Wir fallen jetzt noch mal die Taste zum Bauen. Ey. K-M-N-A. Hilfe. Hilfe. Hilfe, ne. Hilfe, ne. Was denn? Kommst du denn jetzt mal? Ich hab grad gesagt, ich tue Blaubeeren sammeln. Du kommst jetzt hierher. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Jetzt hetzt mich nicht. Ich bin alt. Du hast tot, weil du nicht gekommen bist. Ja. Ich hab gesagt grad nur, dass ich Blaubeeren sammle. Und da hast du gesagt, okay. Dennis ist wichtiger als Blaubeeren. Hab die. Ich hab die. Mir fällt jetzt nicht an. Er ist auch gut, dass ich an. Das kann auch nicht anmachen. Der bleibt der Holzinger. vorbeikommt soll ich mal probieren ach so weit wir vielleicht so nah an der wasser sind das kann sein hat jemand vogel 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 die menschen ja das ding ist es war wirklich so dass wir zu nah am wasser sind hier liegt ja noch einer mensch stimmt ich habe keinen kommentiert und druck ich meine ließ das ist ja ja die haben wir im wasser geschwommen da ist das dunkle kommt nicht mehr sehen hey niklas vogelfleisch ja vogelfleisch ok da kann diese grille mal ihr kackfresse halt hier da oben kommt besuch oh hello name leute daneben wieder noch rüber gesprungen ist bei weil gott das katana ich lag mit dem mother fucker mit dem anderen mother fucker bei will ich wieder haben danke bei will ausfeuer mit euch buga 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 nene ogabuga totenkopf totenkopfkeule ugabuga totenkopfkeule Bugga Bugga, reinhut euch. Mh lecker Vogelfleisch. Lecker, schmeck mal die Kühlchen. Na was? Guck mal, der bedroht mich mit seinem Glatzkopf, Junge. Wer? Hier, guck mal, dieser Glatzkopf bedroht mich einfach hier. Digga, der sieht noch nicht mal so richtig bedrohlich aus hier. Digga, du siehst aus wie so ein Holzfäller. Geil! Und der, und der, und der Typ hier? Ich hab ihn mal weiter niedergesenkt. Guck mal diesen Typen an, Alter. Das kannst du mir nicht sagen, der sieht überhaupt nicht mal so bedrohlich aus, Alter. Jo. Vogel, Vogel. Fuck. Wo ist denn? Wo ist dieser Vogel? Vogel töten. Warst du schon? Vogel töten. Wann das alle, die wir hier hatten? Kann gut sein. Wann das noch mehr Vögel? Dennis kommst du? Vogel töten. Okay. Bin immer gespannt, wenn die ersten Mutanten zu uns nach Hause kommen. Und das Arbeiterentscheidung? Ja. Okay. Okay. Die ganze Woche jetzt. Achso. Nichts war auch noch? Ähm. 27 glaube ich nicht. Okay. Also 27 glaube ich jetzt nicht. Ich muss auch arbeiten. Mach doch mal wieder weiter als Parkplatz ergehen, ne? Jo. So. Wir müssen die Bäume fällen. Parkplätze schaffen. Mhm. Ja, 27. Da hatte ich Frage. Okay. Schon ich habe auch zu meinem nächsten Dienst danach geführt. Die sind die so hoch, dass ich mich jetzt gerade einmal im Wasser um 360 grad gedreht hab. Ja, die ist bei mir auch so. Oh Mann, die ist so hoch. Ja, bei mir geht die eigentlich nicht. Nee, bei mir geht die überhaupt nicht. Ich komm drauf, Nicole. Muss ich mal untermachen. Wo sind die hier? Steuerung. Oh Gott. Ich hab die schon auf 5 stehen. Hilfe. Guck mal, da ist dein Bruder hier. Niklas. Ja, René. Der verrückt ist hinter mir. René, da ist ein Bruder hinter dir. Guck mal. Der Bruder ist auf dem Stock. Hier, da ist dein Bruder. Ja, du bist doch hier an der Glocke, oder? Machst du das extra so langsam. Oh, Aloe Vera. Oh, Aloe Vera. Oh. Hey. Hältst du schon mal den Bomben nicht für den Wagen? Nope. Oh. Ich seh hier den Baum schon, der voll im Weg steht. Hm. Ich seh hier den Baum schon, der voll im Weg steht. Hm. Baum fällt. Oh, Fisch. Oh, Fisch. Oh, Fisch. Oh, Fisch. Oh. Wo sind die nächsten Bäume? Da hinten erst so. Also auf unserer Grenze sind fände Bäume immer so richtig, ne? Hm. Wir müssten mal so ne Brücke bauen. Ich nahe nicht so. Dass wir auf die anderen Seiten kommen. Was? Was? Der Einspieler? Wir wollten um den nachher oben. Ich nicht. Äh, Caddy? Ach ja. Oh ja, geil, Alter. Oh, das war hier die Gesellschaft, ne? Se, 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 se. Hier oben sind noch. Hier oben auf dem Weg sind noch Bäume. Ja. Ich tu hier grad das Dorf fällen. Ah. Oh, da hab ich bald wieder da ein Baum aufgekommen. Ach da oben sind wirklich noch Bäume, Alter. Let's go. Vielleicht hier oben erst mal. Da drückt er? Ja, Dennis. Ja, ja. Ich hab ein Bein. bis bei niklas hast du eine waffe für mich ja ja aber ich meine zum schuss essen ich meine es gibt eine schusswaffe aber das ist ein stand schuss bis solle wird wirklich ein stand schuss bis zu haben da ist nix ja toll jetzt musst du die ganzen teile davon finden was damit muss jeder eine waffenteile finden in der wieviel der tag ist das ja eigentlich mittlerweile müssten die englischen die mutanten unterwegs sind ich hab keinem so lange der server schon läuft eigentlich ist er schon so was redest du da Oh mein Gas ist leer. Warte, denn Gas ist leer? Was für Gas heißt da? Hallo? Benzin wohl leer. Ah, ok, so tun wir das machen. Und weiter geht's. Wir brauchen Gas. Da steht doch E und F und in der Mitte steht Gas. Äh. 2.19 brauchen wir dann hier. Ja, aber das ist das englische Wort für Gasoline, genau. Ja, ich weiß. Ah, ja. Die Würfel sind jetzt merkwürdig. Benzin! Und 80 noch? 20 noch. Bin schon fleißig am fällen. Hm. Ich weiß nicht, der Hase ist oder da? Okay, den Baum fällt ich mal nicht. Der steht mir zu hart abgrund. Der steht sehr hart abgrund. Da würde ich runterfallen oder der fällt dort hinunter. Aber hier steht noch ein Baum. Baum fällt. Oh, da fällt ein Baum. Die hutschen doch echt schön kackig geworden, ne? Nöster Baum. Stirb Bambi. Stirb Bambi. Ja, René. Dann zum Leben, glaube ich. Jo. Die Bäume, die hier in der Klippe fallen gleich runter, ne? Ein Waschbär. Ein Waschbär. Waschbär. Die rutschen runter, ja? Die sollten aber nicht so weit rühren, oder? Die rollen ja schon ne Menge. Geil. Ist das? Oh, hast recht. Ich tu die mal hier hochlegen. Wie geht's noch? Hier unten rollen sie halt übelst gleich. Ne, die rollen, ne? Gut. Die rollen auch nicht. Die rollen. Und der rollt. Oh, ja. Scheiße. Die wagen noch. Das ist voll Sinn, oder? Ja. 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 Dann geh ich mal die nächsten Bäume fern. Mhm. Ich glaube, das jagt sich schon wieder ein bisschen. Ja, oder? Komm her. Wissen doch die Augen ein bisschen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. 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 Sprinten So 5 Meter rennen und dann kommt die Rauchhunde Alter, hab ich mich erschrocken Ja Junge Das kam so unerwartet Ich hab mich so erschrocken Ich glaub das hat man aber auch Fett in der Aufnahme gesehen, dass ich mich erschrocken hab Alter, würdest du sowas in dem Stream machen, den ich vorhabe in Outlast Alter, ich würde hier so in der Klatschen Aha Was, wieso dieses kleine Gerücht hier So was, du weißt schon was Wollt nicht Gerücht hier So dass die Das ganze Meme hier auch in der Zeitung stand Oh, hallo Ich glaub Ich glaub ich war, ich glaub ich war schon Alter, fliegt jemand War es nicht das da vorne mit mir? Ne, hat das Was ich damit meine? Hm, unsere Wasserkollektoren sind alle leer Leider, leider kein Hilfe, er ist Äh Ja Er ist Hilfescheiße, ja Ich war nicht mehr zum Heilen Und ihr? Ah, was? Nee Denk ich sterben 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 Also Medikit hab ich bloß eins René Das wird mit dir passieren Das wird dann mit dir passieren Das wird dann mit dir passieren Alter, das machen die Bäume hier Ich bin auch grad geflogen Und ich weiß auch warum du fliegst Du darfst gegen die Büsche in die Fahnen Hm Die wollen wir zum Grundstück sind Ich mag gerne die in den Büsche zu fahren Was nickt das eigentlich? Ja Holz holen Und du? Ich komm jetzt auch mit den Holzschritten Ich geh jahre Hä, du kommst doch grad mit den leeren Schnitten dann Ah ne, jetzt ist Holz drauf Hm Oh, wir töten ist ungut Ey, ist das Sprinken Oh, die Nase Geil Ich hab nen Hasen Geil Ich hab nen Hasen Ich hab nie Ja Ich hab' nie Ich hab' nie Jetzt muss man wieder regnen hier. Wir haben nichts mehr zu trinken. Haben wir dafür ein Befehl oder was? Nö. Warum sind hier alle schweizbedürftig? Man hört schon wieder, Niklas Bruder hat wieder Lack gesoppten. Alter die Lagerbundin. Hat schon gesagt, er hat Lack gesoppten. Was zockt denn der schon wieder? Lass mich raten, wie der Rocket liegt? Ich will dir nicht sagen, ich habe einen Grün zu gehen hinter mir. Stimmt, da war ja was. So, ich muss mich jetzt auch mal setzen wie so ein eitler Rentner. Ich bin grün, ich bin was grünes, ich weiß auch nicht genau was. Okay. Ich muss jetzt auch erstmal kurz sitzen wie ein Rentner. Da. Ich weiß zwar nicht was Tennis da macht, aber wir beurteilen ihn. Oh, oh. Was denn? So würde er auch nicht mitjagen, das wäre ich da. Mit den Speer jagen? Ja, aber so wie du auf den Boden guckst, hallo. Er wirft das Teil auf mich. Ja, wenn das so ist. So, jetzt haben wir ein großes Problem. Der ist knapp vorbeigeflogen, ne? Ne, du hast mich wirklich getroffen. Hab ich wirklich? Ja. Uff, als ob ich dich getroffen hab. Jetzt haben wir ein Problem, ne? Hier oben ist alles Holz leer. Ja, dann müssen wir jetzt unten weiter machen, ne? Aber ich würde jetzt erstmal sagen, ne? So, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.